Nennen Sie die Vorteile der Werkstattfertigung. Also Werkstattfertigung, Vorteile. Werkstattfertigung, Vorteile. Was sind die Vorteile der Werkstattfertigung? Nun, zunächst mal, man kann leicht umstellen, also leicht umstellbar. Wir müssen hier immer den Kontrast sehen. Die Werkstattfertigung hat einen Gegenpol und das ist die Fließfertigung. Nur wenn wir das wissen, können wir im Prinzip Vor- und Nachteile ableiten, denn die Vorteile des einen sind oft die Nachteile des anderen. Die Fließfertigung ist nämlich nicht leicht umstellbar. Da sind die Maschinen genauso hintereinander angebracht, wie die Produktion dieses Teils es braucht. Und das kann man nicht so leicht umstellen. Heute hat man gewisse Flexibilisierung, muss ich noch dazu sagen. Flexible Fertigungsstraßen ermöglichen hier heute eine gewisse Flexibilität. Aber lassen wir das mal weg und bleiben bei diesem Gegensatz. Dann ist die Werkstattfertigung leicht umstellbar, die Fließfertigung eben nicht. Vorteil der Werkstattfertigung, da sind wir ja hier, Vorteile der Werkstattfertigung leicht umstellbar. Nachteil der Fließfertigung nicht leicht umstellbar. Fixkosten relativ gering. Im Gegensatz zur Fließfertigung, da sind die Fixkosten nämlich sehr, sehr hoch. Sie müssen da erstmal eine gigantische Produktionsstraße hinstellen, zum Beispiel um Autos zu fertigen. Da haben Sie noch kein einziges Auto produziert, haben aber schon die ganzen Abschreibungen für diese Anlage. Bei der Fließfertigung sind die Fixkosten also sehr hoch. Im Gegensatz dazu, denken Sie immer an den Kontrast, sind bei der Werkstattfertigung die Fixkosten relativ gering. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden, klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Lernen ohne leiden. Mein Name ist Dr. Marius Ebert. Seit mehr als 25 Jahren lernen Menschen durch meine Methode leichter und bestehen ihre Prüfung sicher. Meine Methode funktioniert schnell und sicher. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, dann klicken Sie bitte auf den Link unter diesem Video.